Ah, das ist das Ding hier. Willkommen, edle Moraner! Falls ihr wegen eines Sandboots gekommen seid, dann muss ich euch leider enttäuschen. Die Zeit ist nur ein fertig und das ist für Arztmitglied Skard. Ja, wir haben Skard dabei. Soll ich das mir eben so zeige? Aha, edle Skard schickt euch. Lasst es in ein Boot für gleich nach draußen bringen. Ihr könnt einen von dem Turm in den Fang nehmen. Sandboot für euren Herren, sie ist hier draußen. Ein weiteres habe ich zurzeit nicht. Möge euch die Sonne nicht kochen. Och, ich weiß nicht, kochen? Hätte ich ein paar Spaghetti mitbringen sollen. Puh, lass mal kurz hinsetzen. Und auch Mahlton. Musik, großartig. So, 187, 22. Äh, 27, 82. Yeah! Jetzt fahr ich die Echsen einfach tot. Halt, ich muss nach oben, nicht nach links. Das sind scheiß Knochen überall. Warum bekomme ich das so spät erst? Achso, weil ich jetzt übers Wasser fahren muss. Äh... Die Gruppenaufstellung ist wieder komplett kühle. Aber wenigstens hab ich das jetzt mal das hier. Ja, ich hab dran gedacht. Ich hab so drauf und dran gedacht, Alter. Dran gedacht hab ich. Ich hab so drauf, ne. Wenn ich's noch mehr drauf hätte, ne, dann... Dann hätte ich's schon wieder nicht mehr drauf. ... ... ... ... ... Nun kann die Drachen nicht einfach mit meinem Boot totfahren. Ja, ich habe ein knallrotes Gummiboot. In meinem Gummiboot fahre ich alle nur Drachdrachen tot. Komm doch mal näher. Sieht eher aus, als würde er näher kommen, nicht ich. Aber okay. Details. Wir werfen alles entgegen, was wir haben. Riesen Zahnstocher. Oh mein Gott. Wir stechen einfach in seine Pranke und dann ist er wehrlos. Bis er in der Maus kommt, ist ihn wieder rauszuholen. Ne, das funktioniert nur bei Löwen. Scheiße. Trinken ist es schon wieder etwas warm. Was wirklich Schlimme ist, gestern war ich einkaufen und habe Milch vergessen einzukaufen. Jetzt habe ich keine Milch. Das ist voll scheiße. Jetzt wollte ich mir Goldketten umhängen und mir eine neue Frisur machen und eine Milch trinken und nicht in einem Flugzeug fliegen. Jetzt kann ich das nicht, weil ich keine Milch habe. Und heute ist Sonntag. Die Welt ist so grauenhaft und ungerecht. Weil ich an etwas nicht gedacht habe, ist die Welt grauenhaft und ungerecht. Und tschüss. Und tschüss. Was soll denn der Unsinn jetzt? Ah, den Bug hatte ich glaube ich schon mal. Habe ich mich überhaupt bewegt? Ne, ja. Ich hatte den Bug glaube ich schon mal, als ich beim Fixen was getestet habe. Ich muss jetzt in eine andere Richtung gehen, sonst treffe ich immer wieder auf diese Drachen. Glaube ich. Ich probiere es lieber nicht so gleich aus und fliege lieber drum rum. Fahr. Segle. Ich weiß nicht. Wie nett war das, wenn man durch die Wüste fährt mit dem Boot. Ja, ich brauche noch ein paar Level-Ups. Egil ist mir noch nicht mächtig genug. Er hat den niedrigsten Level mit 34. Das ist noch ziemlich schwach und so. Da muss noch mehr gehen. Vor allem Level 50 ist Maximum. Alle anderen haben es fast schon erreicht. Eher, wow. 35, ne? Der Wahnsinn. Hm. Hm. Sind wir noch nicht tot? Hallo. Töten und so. Jetzt reißt du dir noch mal den Kopf ab und steckst du in den Arsch. Geht also nicht weiter. Hm. Gut. Komm mit dem einer aufs Maul. Komm schon. Platz auf. Obwohl ich hätte ihn da runterschicken können. Ach, scheiße. Naja. Vielleicht führten die anderen ja. Null. Aber er greift zum Glück mich an. Oder wollte mich angreifen. Dumb. Dumb. Dumb, dumb, dumb. Dumb, dumb. Dumb, dumb. Dumb. Dumb, dumb. Und tot. Dumb, dumb. Je. Und Sabine erreicht den nächsten Level. Wann levelt er denn mal wieder auf? Das langsame Zeit. Ich will, dass er nochmal zuschlagen kann. Wir speichern jetzt erstmal. Und fahren dann einfach mal drüber rum. Sicherheitshalber. Nicht, dass ich es gleich noch 20 mal. Ja. Stellen wir uns auch nur mäßig. Das ist ja irgendwie immer der Fall. So, da. Zeit, die Dartpfeile wieder auszupacken. So. Lass mal am Rücken kratzen. Und dann ein paar Gesichter einschlagen. Ich frage mich auch, was die beim Zahnarzt immer für Ewigkeiten sitzen müssen. Ich meine, hallo? Guck mir das lange Gebiss an. Muss ja voll scheiße sein. Das sieht gar nicht aus wie ein Dartpfeil. Das sieht mehr aus wie, ich weiß nicht. Bumerang ist das nicht. Das ist aber auch kein Klingwind aus Zuro. Oh, das wäre cool. Es soll viel mehr Spiele geben, die Klingwind werfen. Gefällt dich, was die jetzt gerade so viel Schaden bei Sabine machen? Also, das ist dezent unfreundlich. Könnt ihr damit mal aufhören? Ihr tötet noch meine Heilerin, ihr Arschlöcher. Finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Ist sowas gegen Juden? Nichts, was hilft. Urassistisch, ich verklag dich. Ich ziehe dir meine Klauen durchs Gesicht. Aber das stört ihn nicht. Das ist scheiße. Sind die schon immer so mächtig? Oder sind das mächtigere Versionen? Heilung heilt auch nicht mehr so viel wie früher. Ich sag's euch, früher als ich jung war, da hat mittlere Heilung noch mehr geheilt. Au! Sind die jetzt kaputt. Wir haben doch die ganze Zeit nicht so viel Schaden gemacht. Hast du mich verarschen? Vielleicht stirbt noch einer. Wir haben doch die ganze Zeit nicht so viel Schaden gemacht. Hast du mich verarschen? Es wäre jetzt schön, wenn ihr mal einen oder zwei davon töten würdet. Es wäre schön, wenn ihr... Ihr habt doch... Danke, ich bin jetzt einer mal tot. Was zur Hölle? Wieso heilt denn das so wenig? Jetzt brauche ich mal die große Heilung. Es wäre doch schön, wenn du sterben würdest. Bei der Überlegung habe ich vielleicht die falsche Person mit großer Heilung geheilt. Komm schon. Okay, nee, ich habe die richtige Person geheilt. Eindeutig die richtige Person. So, jetzt bekommt Eagle mal noch eine große Heilung. Wie geht wohl los hier so langsam? Komm, stirb. So, stirbst du nicht. So, stirb du nicht einfach. Komm schon. Wenn wir den Gruppenzauber raus haben, habe ich ein Problem. Ja, Nahkampf ist gut. Gut, eine mittlere Heilung für Nelvin, bitte. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich hasse diese Drachen. Niemand mag euch. Deswegen ist halt ihr auch auf einem scheiß Wüstenplaneten gefangen. Das reicht immer noch nicht. Wer hoffst es? So muss noch mehr geheilt werden. Bitte. Kletterheilung reicht nicht mein Nelvin aus. War der so tot? Schau mal. Er war toder, als ich dachte. Und der stirbt einfach nicht. Auch nass. Boah, eine mittlere Heilung muss ich selbst zaubern. Wäre ganz gut. Je, ich erreiche Level 50 und bekomme keinen weiteren Angriff. Hm, okay. Und Igel erreicht und darf jetzt siebenmal aufschlagen. Je. Ich hoffe, ich habe das nicht kaputt gebracht. Und Selina erreicht Level 42. Und Leonaria erreicht und 50. Wow. Habe ich den nicht eben schon getötet? Was? Ich habe doch... Ist das jetzt... Das ist nicht dasselbe, oder? Nee, das ist... Also wenn das Spiel so anfangen würde, würde ich echt kotzen. Jetzt bricht es völlig auseinander. Und da zwei Gegner? Ich habe doch gar keinen zweiten gesehen. Heil dich mal selbst. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das nicht der Fall ist. Dass hier nichts komplett kaputt gegangen ist. Habe ich die gerade wieder selbst? Nee, doch, passt schon. Ich habe gerade irgendwie die Falle nicht eingeguckt. Könnt ihr nicht einfach alle mal abwehren? Ihr seid Magier und so. Ihr müsst das doch voll drauf haben. Ich hätte schon mal die ganze Heilung verballert. Ich habe noch nicht mal einen umgemäht. Komm schon, stirb. Stirb, du fettes Ding. Das volle Fett und hässlich heißt, ich darf jetzt siebenmal angreifen. Das macht die Sache einfacher. Aber ich darf scheinbar kein fünftes Mal angreifen. Ich glaube, da müsste ich Level 60 erreichen können. Natürlich auf die Heilerin, auf jeden denn sonst. Und du musst natürlich jetzt vorrücken, damit ich nicht vorrücken kann. Und euch beide aus dem Maul haben können. So, komm schon, boxt den um. Na, es wird eh nichts in der Runde. Hä? Habe ich eben fünfmal? Nee, ich habe nur viermal. Ich kann keine fünfmal angreifen. Das funktioniert gar nicht. Bilde ich mir nur einen. Ich habe schon wieder Wahnvorstellungen. Und schon wieder auf meiner Heilerin, oder? Ja, hat er abgewehrt. Wieso wichtig denn? So, jetzt schlag den mal tot. Komm schon. Ich will das heute durchspielen, jetzt. Ich will das jetzt durchspielen, jetzt, habe ich gesagt. Sind wir noch nicht durchgespielt? Kackspiel. Muss ein Bug sein. Boah, und er kommt natürlich nicht vor. Nein, er zaubert weiter. Guck mal, das Arschloch. Sollte er die Magie entziehen? Das wäre vielleicht toll, dann könnte. Nimm mal auf meine Heilerin. Was soll denn die Scheiße? So, jetzt bist du dran, Arschloch. Ich glaube, es hackt so ein bisschen hier. Jetzt wohl auch für was hältst du dich? Für einen Drachen, oder was? Jetzt gibt es derbe eins. Dann finde ich deinen Meister, dem habe ich noch unten gerne aufs Maul. So, theoretisch müsste ich hier noch speichern können, theoretisch. Ohne, dass ich alles kaputt mache. Wer ist irritiert? Sie natürlich. Und sie kann nicht mehr zaubern. Och, komm schon, wirklich. Ich habe natürlich keine Ahnung mehr, was was macht. Ist das nach dem Kampf wieder weg, oder? Ich glaube schon. Tötet ihn nicht diesen Kackdrachen. Tötet ihn. Na, endlich. So, ist das wieder weg? Ja, es ist wieder weg. Gut. So, machen wir noch eine leichte Heilung auf. Ja, bitte. So, geht's denn hier lang? Hier ist Wand, hier ist andere Wand. Hacken wir die mal random. Moment. Nein, okay. Ich traue dem Spiel überhaupt nicht mehr. In keinerlei... Keinster Weise. Jetzt schon? Oh, okay. Das macht mir Angst. Och, nö, lass mich raten, dass er wieder... Naja, natürlich. Natürlich. Soll ich mich da anders aufstellen? Aber wie? Wollt ihr kämpfen? Nö, ich gucke lieber nur zu. Ich gucke lieber zu, wie sie mich zerfleischen. Wenn ich aberrationen dabei, ne? Ganz schön... Ja, ich kann mich sogar ohne das Ding gehen zu müssen heilen. Ich glaube, davon werde ich nachher dann auch gleich mal Gebrauch machen, wenn ich die dann auch noch besiegt habe. Da die doch recht gut an meinen Kräften zehren. Oh ja, vielleicht kriege ich noch ein paar Level. Schlimmer ist, die Wächter könnten sie nicht mehr... Okay, doch kann es.